So ihr Lieben, ja hier ist etwas laut, ich weiß. Ich glaube wir sind hier im Schwimmbad im untersten Keller vom Hayat. Da machen wir heute noch einen Nachtdreh. Hier ist eh immer dunkel, hier kommt kein Tageslicht rein, weil das Ding ist, ich glaube, so gesehen unter der Erde, weil wir sind minus eins auf dem V-Aktol. Da gibt es heute noch einen Nachtdreh. Hey, Nachtdreh, ich stehe total auf Nachtdreh. Aber, naja, das Feeling hast du hier halt nicht. Es gibt ein paar Scheinwerfern, aber nein, ich kann doch nicht hier nachtdreh. Aber es wird auf jeden Fall sehr lustig, hinten ist der Whirlpool. Da werden auch noch ein paar Spaßbilder gemacht. Ja, ich denke auch immer, umso älter ich werde, umso geiler wird es eigentlich. Und ich hatte ja wieder einen geilen Discoot in irgendeiner scheiß Hanauer Gruppe, wo mich so eine blöde Tusse da angemacht hat. Ja, der hat's für's da, der hat's für Idiot, der nach Klicks bittelt und bittelt mit Facebook. Und da denken sie mir immer, Kinders, ich lebe nicht von Facebook, ich lebe von Agenturen. Entschuldigung. Ja, Corona. Aber ich bin's auch leid, darüber zu diskutieren, weil die Leute sind eh doof, die raffen's eh nicht. Und wer mit der Filmbranche nichts zu tun hat, einfach mal Fresse halten. Dankeschön. Das war mein Statement dazu. Ich will zwar ein paar Bahnen, bin ja dick genug, schwimme eh hoch. Also von der Hinsicht gar kein Problem. Weil ich kann über mich selber lachen. Und manche von euch eben nicht. Ja, da wünsche ich euch was. Ja, ich weiß, von der Lautstärke ist ein bisschen unangenehm, aber das Video ist schon zu Ende. Euer Sevele. Ciao.